Wieso Mist? Holy fuck! Ja komm weiter, weiter, weiter! Scheiße da... Komm, 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 komm! Okay! Ich hoffe das... Ja, ich weiß! Okay! Huh! Ja, das ist keine super Antwort, deswegen so anders, super! Oh, ich springe auf dir! Sorry! Mal sehen, wo es hinführt! Alter Vater! Das war mal leise hier! Ja, sieht gut aus! Bleib hier! Wenigstens regnet es hier nicht! Was ist das schon oder was? Oder Regen schon? Ja, okay! Ich glaube, der Regen ist ein bisschen infiziert oder so, weil sie vorher gesagt haben, oh fuck, regnet oder so! Könnte sein! Dann müssten wir durchpassen! Jo! Ähm, gibt es irgendwas zum holen oder so? Nee! Nee, sieht nichts aus! Okay! Gut! Äh, hier durch! Oh oh! Oh Mist! Noch mehr Soldaten! Fuck! Ich dachte, wir haben jetzt abgehängt! Ich glaube, sie sehen uns nicht! Sie geben es auf! Ja! Sie geben es auf! Bleib immer umgehen! Ich glaube, sie haben es aufgegeben! Okay, hier rein! Ganz leise! Okay! Durch die Höhle wahrscheinlich! Oder wohin jetzt? Okay! Äh, ich schätze mal durch die Höhle, oder? Aber ich bin mir nicht sicher, egal! Ich schau mal hier! Aha! Okay, sehr gut! Ich habe so keine Ahnung, was ich mit dem anfangen soll, aber... Nein! Sie sind noch da! Wir verschnaufen jetzt ganz kurz! Ja, ihr verschnaufen, ich versuche alles! Was machen wir alles? Ja, hier ist... Ja, ich, äh... Ja, ich, äh... Wie du denn den Satz fertig gelabert hast, habe ich schon alles gesucht, nur mal so! Ja... Hier ist... Nichts mehr... Okay! Gut, passt! Weiter geht's! Ich hoffe mal, dass hier keine mehr sind! Ich hoff's mal! Ich bin nicht dran, Ende! Ich bin nicht dran, Ende! Nein! Ich bin nicht dran, Ende! Auf! Bitte, die, 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 die! Gut! Ich bin dran, Ende! Die Hupflopps zurück! Zurück zum Ball! Ihr habt's gehört! Aufladen! Los geht's! Na los! Weiter! Puh, okay... Wir sind jetzt mal wieder raus aus der Kondition, fast. Okay. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt worden, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt mal, ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht, Tess. Was zur Hölle machen wir hier? Jetzt, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Okay, Zentrum. Oh, geiler Mucke. Boah, ich sag nur eins, die stört jetzt sowas von dem Arsch. Keiner muss sein. Weil deine Infektion alles machen kann, dass... Das sieht aus wie nach einem Erdbeben. Aber doch nicht nach einer Infektion, dass alle infiziert sind. Mann. Meine Güte. So sehen die Häuser also von der Arm aus. Wolkenkratzer. Sie sind so groß. Wolkenkratzer-like. Was ist denn passiert? Die Bereiche und die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Dann wurde so viele Infizierte gemacht. Äh... Äh... Was war das jetzt? Oh, fuck. Jetzt hörst du das? Ja... Ja... Sie waren aber als wärst weit weg. Du bist hier gestohlen. Kekker sind das glaube ich nie. Ich... Vorerst. Nein los. Ich glaube das sind die malen Infizierte. Weil die Kekker die sind ja übelst infiziert. Und die klicken auch so, deshalb auch mein Name. Ja... Da geht's tief runter. Schön tief. Da drüben ist das Radhaus. Ja... Wir müssen da irgendwie durch. Jo... Und zwar hier. Das hier soll das... Also ich sag's natürlich... Ähm... Soweit ich gespielt hab und wenn es dann wieder komplett bleibt ist. Also das sag ich dann schon. Also ab hier, dort kenn ich noch alles. So ein bisschen... Bisschen weiß ich schon nach wo es hier weiter geht. Hier drüben. Komm ich hier runter? Nee. Nee, 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 nee. Okay. Hier. W- Eh... Ehm. Ja, w- W- Oh. Not so. Es hier. Aha. Ich sehe eh was zu sammeln, da kann man erzählt auch kein Glasscherben. So toll, wo bin ich jetzt? Achso, aha. Okay, hier ist aber nichts mehr okay. Gut, hier geht es weiter bei der Leiche, na toll. Das ist schon mal sehr gut, wenn ich eine Leiche liege. Aha. Jo. Okay, aber ich suche trotzdem nach irgendwas Nützlichem. Aha. Ha. Er suche was, der findet auch was. Ist das der Kalender? Okay. Ja, da könnt ihr mal auf die Seite gehen, Leute, meine Güter. Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen hier runter oder so? Ah, Muni. Noch einer. Mist. Was hat denn der? Wir haben sowieso von vorher noch einen Zettel. Mit irgendwas, äh... Ach du Gott. Scheiß negativen Dach, was? Äh... Wer es lesen will, viel Spaß, aber das ist mir zu viel. Jo. Okay, warte, warte, warte. Ich habe die Verstärkung erwischt. Ja, Artefakt. Ja, was denn... Ich weiß nicht, der Bruder, was... Was war denn das eigentlich Ding, das wir gefunden haben? Keine Ahnung. Egal. Okay. Höre ich welche? Nö, hören tue ich aber mal keine, okay. Oh, Clicker. Na toll. Verdammt! Klicker! Oh fuck! Oh man! Was ist mit der Sicht? So sieht jahrelang Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie blind? Genau. Wenn du ein Klick machst, versteck dich. So ordentlich. Okay. Okay. Warte mal. Jetzt sind hier Klicker... ...gewesen. Das heißt, heißt es jetzt, dass hier dann Klicker kommen oder so? Weil ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon ewig her. Okay. Alter, das sieht doch so aus, als würde hier gleich alle einstürzen. What the fuck, ey. Gibt's irgendwas? Alter! Was ist passiert? Mist. Alles ist total okay. Aha. Was findest du also okay? Naja gut. Ich will da gar nicht wissen, was hier... ...was hier nicht okay ist. Aber okay. Das war sarkastisch, ich weiß, aber trotzdem. Mann. Hilf mich immer! Komm durch jetzt! Wow! Äh, 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 ficken! Fick dich! Ah! Scheiß Klicker! Danke! Ist du okay? Nicht passiert. Okay. Wir kommen bevor wir weg. Ah! Scheiß Klicker! Oh, das war heftig! Oh, das war heftig! Oh, du sagst das! Okay. Sind hier irgendwelche Klicker, das aber... Wo kann der denn her jetzt hier? Da kann man nicht von irgendwo... Ja, ne, sicher nicht. Das mehr ist aber auch genug. Aber warte mal. Warte mal. Ich bekenn hier doch... ...durch. Nämlich... Wenn wir ja 1 und 2, das muss erhören. Zack. Okay. 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 Hallo! So, und hier haben wir schon wieder Zeug für den... Äh, für ein... ...nächstes Messer. Das ist doch... Das ist doch mal nett. Noch ein bisschen Erfahrung. Apropos Erfahrung. Wie schaut's eigentlich aus mit den Erfahrungen? Nein. Oh, fuck. Haben wir wenig. Na ganz toll. Na ganz toll. Okay. Also man merkt, man muss sich hier in dem Spiel wirklich sehr viel umsehen. Sehr, sehr viel. Okay. 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 Hier war der Glickr. Aha. Oh mann. Oh mann. Oh mann. Oh mann. Oh mann. Oh mann. Is hier noch was? Nope. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay. Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Richard, komm schon, Annie. Oh, Kleine, du bist krank. Los, komm. Los, komm, große. Vielleicht mit der Hand. Ja, dann. Hallo. Los. Okay. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Nice. Der Fluch der Scheiße Komm, 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 komm Wo müssen wir hin, wir müssen hier hoch wahrscheinlich Ok Jetzt noch was, jetzt noch was los, noch was Da können wir raus, über das Gerüst Ja, komm Ok Tschüss Fuckin' Kicker Ich glaub der Farb Ey, alles klar Ist auf der volle Hose Alles klar Ja, wir sind hier, du scheiß Kicker Gut So So Okay Die Treppe ist dicht Gehen wir wieder hoch Was Mach so viel Ja komm, Elli Mach Hab doch keine Angst, das ist doch komplett ungefährlich Ungefährlich Alter Oh Komm schon, Elli Hier Ja Nicht unterscheiden Die hat nicht unterscheiden Alles ohne Jetzt Wo müssen wir aber nicht Oh ne Okay Okay Noch immer im gleichen Gebäude Ja, ich weiß Zum Aus Ah, genau Da war ja was Ja 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 Quack 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 Hallo, ok. Kann ich jetzt weitergehen auch mal? Homie! Ok, jetzt hab ich getauscht, total, so. Gut, warum gehst du in Deckung? Oh, I can't run, heißen die. Nein, ganz toll, Alter. Gut, jetzt sind die auf uns alleine gestellt. Ok. Ganz leise. Gut. Komm, komm, brr. Komm, komm, brr. Hab dich jetzt! Fick dich! Scheiße! Scheiße, 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 scheiße! Fuck! Shit! Oh, fuck! Von wegen leise! Ja... Ja, jetzt bin ich am Arsch! Fuck! Ich bin sowas von dem Arsch! Ah! Ah! Alter! Okay, äh... Gut zu wissen, dass ich... Dass ich, äh, die Kollegen nicht wegziehen kann. Also, die normalen Leute, die das nicht infizierten, kann ich wegziehen. Infizierten also nicht. Gut zu wissen, alles klar. Mit denen hab ich nicht gerechnet. Ok, komm, und... Gleich gute Nacht! Oh, siehst du auch schon aus wie ein Zombie, ey! Oh, ohne Witz! Ok. So, sind das zwei Runner, oder? Oder ist... Ist hier ein Klick auch dabei? Das ist halt die Frage. Und hier hinten ist auch noch einer. Meine Fresse! Kommt hier her! Du könntest aber hier her! Und zwar... Und zwar... Hier! Du könntest aber hier her! Hat keine Gehörte oder was? Oh... Verflucht! Ein Klicker! Ein... Kackhaufen Klicker! Na toll! Ohi, wowi! Aha! Dann mein ich schlecht an der Seite. Oh, fucker! Shit, 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 shit! Nein, ich... Ffff... Fotze, ey! Er ist mit Taschlampe aus! Heilige Scheiße, ey! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Was machst du jetzt? Ich muss den Klicker herlocken, oder so. Oh... Ich krieg den Klicker her. Jetzt! Ich blick her! Oh... 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 Sind die alle blöd, ey! Sind die alle stinkblöd, ey! Was? Oh! Gott! Was? dass du immer zurückläufst, ey, du Wichser. Du darfst jedes Mal zurück. Okay. Du musst nur abwarten. Und dann ihn holen. Und zwar... Wenn er hier reinläuft. Wenn er hier reinläuft, muss ich schnell sein. Verdammt scheiße, ey. So, dass mich keiner sieht. Geflucht. Okay, komm. Nein, ich wollte das Messer, ich wollte das Messer, ich wollte eigentlich ganz schnell greifen. Und dann nimmt er gleich das Messer, der Idiot. Egal. Ich glaube, die checkt jetzt eh nicht, dass hier eine Reiche liegt, weil die sind ja schon zu blöd für den Kindergarten. Okay, jetzt muss ich einen wieder irgendwo hinlocken. Oh, Mann, 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 Mann. Und zwar... Den Kollegen, mit dem er da hier vorbeiläuft, dann locke ich ihn zur Wand. Nicht einfach. Okay. Komm, wo laufst du hin? Komm, da ist was. Da läuft der hin. Der lauft so. Meine Fresse. So was habe ich nicht geplant. Fick dich. Ganz leise. Der Klicker muss draufgehen, der Klicker muss draufgehen, der Klicker muss draufgehen. Komm. So, der andere kann mich mal. Mehr. Fick dich. Bam. Zack. Zack. Das war's. Okay, wir können kommen. Wuhh. What the fuck? Wuhh. 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 Dann schritten wir von dir. Den haben wir das Gehirnzelnmatscht ey. Tssst. Okay. Wuhh. Gut, das wäre geschafft. Wo seid ihr hin? Alles klar! So, ich würde auch sagen, nach der Kassenkacke hier, dass ich auch mal die Aufnahme beende und wir hören uns dann beim nächsten Part. Oder let's play, ja ist ja auch komplett egal. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vega sagt Ciao!